Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Stefan Effenberg und Steffen Freund werden zusammen mit Moderator Thomas Helmer diskutieren, Urheberrecht, Sport 1 Montage, Getty Images, Imago, Sport 1, 5. April 2019, 11.52 Uhr, Moderator Thomas Helmer diskutiert am Sonntag im Check 2, 4 Doppelpass mit seinen Gästen Steffen Freund und Stefan Effenberg, Die aktuellen Themen der Bundesliga Es kommt zum Gipfeltreffen in der Bundesliga, Rekordmeister FC Bayern München empfängt den Tabellenführer Borussia Dortmund, zudem der Höhenflug von Werder Bremen, die Schalker Krise und die Ergebnisse im DFB-Pokal. Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Steffen Freund, 1996er Europameister, am Sonntag ab 11 Uhr live im TV auf Sport 1 im Check 2, 4 Doppelpass diskutieren. Zu Gast im Hilton Monik Airport Hotel sind Steffen Freund, Thomas Berthold, Oliver Müller, freier Journalist Peter Müller, WAZ, sowie die Sport 1 Experten Stefan Effenberg und Marcel Reif. Der Check 2, 4 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im FreeTV auf Sport 1 auch im Simulcast Livestream auf den digitalen Sport 1 Plattformen, sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendung, Sendung sendet zudem als Video on Demand in der Sport 1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung. Neu ist der Live-Blog zum Check 2, 4 Doppelpass auf sport1.de. Hier werden die Zuschauer ab Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017